Ja und Forb, es fehlen gerade einfach nur noch 46 Leute zu den 17.000 und es würde mich mega freuen, wenn wir heute einfach noch die 17.000 Abonnenten knacken würden. Deswegen, wer es vielleicht noch nicht getan hat, kann ja noch ein Abo dalassen. Ja und willkommen zu einer weiteren Folge Top 10 Clips of the Week. Das wird jetzt ein bisschen variieren, dieses Format. Das heißt, es wird entweder Top 5 Clips of the Week sein oder Top 10 Clips of the Week sein. Das seht ihr dann halt immer erst, wenn das Video draußen ist. Ja, der Grund dafür ist, dass jetzt immer mehr und immer bessere Clips eingesendet werden, weil die CWBW-Szene sich natürlich auch weiterentwickelt. Und dann müsste man einfach Clips komplett nicht benutzen, also Clips einfach wegwerfen, die eigentlich ziemlich gut sind. Deswegen variiere ich das jetzt immer und gucke selber, wie viele Clips ich jetzt reinnehme. Und dann ist es halt entweder Top 10 Clips, Top 12 Clips, Top 15 Clips, Top 5 Clips oder so weiter. Also das seht ihr dann, wie gesagt, in meinem ersten Video, was für eine Top Clips Anzahl das ist. By the way wird Platz 1 bis 5 gerankt, also weil es immer noch die Top 5 Gewinner quasi dieser Woche sind. Die davor werden nicht gerankt. 10, 10, wenn ich drinne bin. Ja, los, geh hin. Ab, an der Base of the Jack is down, an der Base of the Jack is down, Leute. Ey, hinter dir, ey, hinter dir. Oh, Alter. Warum kann ich den nicht hinten? Oh, Mann, ja. Hinter dir. Ja. Stark, Leute, komm, pass auf, ein Schaf ist hinter dir. Nice. Okay, wo ist der andere? Nice. Richtig. Das ist ein Schaf ist hinter dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Ja, und ich wollte jetzt auch nochmal ein neues Format ankündigen Und zwar Top CWBW Clips of the Week Es ist jetzt noch ein extra Link unter Top CWBW Clips of the Week Wie gesagt, wie gesagt, was ihr dafür tun müsst, ist halt einfach nur das Video anlistet lassen Also, oder ein Anliste mit dem Video mit dem Formular in der Beschreibung, das ist halt wie gesagt, wie gesagt, unter Top 5 Clips of the Week Und ja, dann habt ihr halt die Möglichkeit, sag ich mal, im nächsten CBBW Clips of the Week Video herbeizuzahlen. Ich habe auch noch vor ein anderes Format zu machen, jedoch muss ich da noch ein bisschen gucken, wie ich das alles händle. Aber das wird dann halt, sag ich mal, mit anderen YouTubern so ein bisschen was sein. Und ja, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Morgen, was auch immer. Und ciao! Há 100 anos, a Nação do Fogo iniciou uma guerra contra o resto do mundo. Seu poder é imenso diante das outras nações. Apenas um Dominador, com grande poder, é capaz de salvar o mundo diante dessa guerra. Um Dominador, capaz de controlar os quatro elementos essenciais da vida. Seu nome? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Untertitelung des ZDF, 2020